Das ist ein schöner Fall, wir sind Menschen Hallo Echt? Du seid Menschen? Wie gehts? Schlechten Leuten gehts immer gut Wahrscheinlich So aber Alter, was machen sie gerade? So hin und her fahren, durch die Weltgeschichte Feierabend genießen Das ist möglich Natürlich Das ist möglich Ich höre sie ganz schlecht Können Sie mal Ihre Stimme lauter machen? Lauter gehts nicht mehr Okay Ich schrei sie für mich an Okay Wenn Sie aussteigen, lassen Sie mich besser So Danke Also den eigenen Kollegen von Ihnen hören Sie besser, ja? Dann gehen Sie doch nach Netto Hallo? Hallo? Dann steigen Sie doch mein Auto ein Wieso steigen Sie bei mir ein? Wieso steigen Sie bei mir ein? Das finde ich gerade gar nicht lustig Ja, ich auch nicht Ich schwöre Ich schwöre Ich schwöre Ich schwöre Ich schwöre Ja Das ist jetzt blöd mit dem klopft das aber der zieht richtig geil wer hat dann mal um mein gu... Sohn! Sohn! also ich werd da vielleicht rausnehmen das ist so nicht gut glaub ich Sohn! warte ich kein Träger, ich tu noch abspieler richtig rum oh ok Hilfe ruft der andere Feuerwehr Alter was geht so schief na das hab ich heute schon öfters gemacht öfters wie oft bist du heute gestorben? ein Keimer wieso hast du den Reifen Otto? ja willst du mal bitte die Reifen jetzt in Ruhe lassen? das sind doch Tavacan also na ok huuuuuh hallo Sohn! komm rüber runter von der Straße Sohn? wie Sohn? ja das ist mein Sohn Turben oh, willst du dich mal ausziehen was? Hör auf die Leute ausziehen! Hör auf die Leute ausziehen! ne nein der Sohn äh mein Sohn zieht sich nicht aus der Auto! schön so wer bezahlt man jetzt das Auto wieder richtig rum schön ja jetzt wieder richtig rum ich hab's geschafft ja ja alles klar wir haben es geschafft dass es sich auch sonst wo hängt also ich hab schon das bundesverdienst kreuz verdient na ja oder mach mich am Verdacht zu präsent warte Achtung super jetzt nicht in irgendeine Richtung schieben der kann uns kicken ich hab den warte ich mach aber anders so sehr beruhigend das ist die langweilige Variante so jetzt jetzt bräuch ich allerdings noch ne Reifen sie haben ja vier Reifen überhunde für den Pastor ja ich hab auch meine Audi ja nicht kaputt gemacht ja ich auch nicht hab ich das kaputt gemacht? mhm ja ne das war die Schwerkraft schüttere noch naja komm mal mit stinker ich wette der ruft die cops alle Amt warum soll ich jetzt die cops rufen ich hab kein bock drauf ach da ist ja jetzt das ich verspreche nicht ich verspreche ihnen ich tue ihnen nichts wir sind ganz freundlich wir sind ganz freundlich komm wir treiben sie so ehren ey boah nicht mal Vieh heute ey ja guck mal ins Auto rein dann liegt die Fahrer im Griff hol den weg hier raus ich glaub da liegt noch mal eine zweite Waffe ne ne auch keine Angst aber ich hab gegeben danke ne ich kauf dir doch gleich mal war dieện schöne Abend noch und das der mitgell ist bleibt jaja ja der nächsten mal Hattest du die gerufen? Hattest du die gerufen? Die haben gerade eben zwei Reifen gegeben Ja und, die haben trotzdem den zerstört Kenn doch nicht Na ja, na ja Weißt du, dass das beim Bürgermeister nicht gut ankommt? Nein So, jetzt reparierst du den Scheiß eben selber Jetzt habe ich keinen Platz mehr Sehr schön Dafür, dass sie zurückkommt, wird es leiser Na warten wir halt immer hier Lunchboxen rüber Wasser rüber Reifen rüber Kasten hierher Und dann der weg super Ja, warte noch mit dem Repulieren, du Penausen. Ja gut, wenn ihr uns hier noch kommt, dann ist hier Weihnachten. Ja, ich hier in die Boteco, nur noch eine Aufnahme und Sachbeschädigung, so. Wenn ihr jetzt natürlich repuliert, was soll ich machen? Hallo? Nein, nein. Guten Abend. Hallo? Hallo? Muster, mein Name. Gib mir mal ganz kurz meinen Ausweis. Moment, Interaktion. Was? Moment. Äh, so. Ausweis zeigen, bitteschön. Hallo, Herr Muster, was passiert? Ähm, ja, wir wurden von den zwei Herren angehalten. Gestoppt, mehr oder weniger, ich dachte erst, dass es ein U-Fall ist. Dann sind wir dann ausgestiegen, weil sie sagten, dass es kein Überfall ist. Es war auch am Endeffekt keiner. Aber die sind in mein Auto eingestiegen. Einer davon. Und ist mit, äh, mit mein Auto gefahren, ist gedriftet und, wo mein Sohn noch drin war, mein Sohn Turken hier, ähm, hat dann das Auto sich überschlagen. Und dann haben sie es irgendwie weg, umgedreht, dann ist es hier ein Wald reingeflogen, da wo es jetzt steht. Ja, und dann war mein Reifen auch noch kaputt. Ich fand's eigentlich nicht mehr so witzig. Und jetzt habe ich, äh, von den zwei Ersatzreifen bekommen. Wo habt ihr die Kums gerufen? Wer so rufen sie, komm! Wir sind heute her? Wer so rufen sie, komm, wir sind heute her! Er hat sich jetzt mal die Endmitte auf die Kopf, Endmitte auf den roten. Ne, danke, nein! Außen, nein! Nö, danke! Okay, mein Sohn, eh, da war ja wie gesagt hier nochmal drin im Auto und er hat, äh, euch, ja, dann netterweise benachrichtigt. Hallo? Hört ihr mich noch? Ja, ich höre nicht Schön Äh, hören Sie mich noch? Ich höre Sie noch, alles gut Okay Kollege Stumpf? Kollege Stumpf? Servus übrigens Ganz kurz nochmal, wie gesagt, sie haben es mir vielleicht mitbekommen Die haben uns angehalten und meinten, dass kein Überfall ist Und daraufhin ist da eine eingestiegen, losgefahren Wollten mit meinem Auto driften, er hat sich überschlagen Dann haben sie es irgendwie versucht umzudrehen Mein Sohn war aber in der Zeit noch drin Und daraufhin ist das Auto im Wald gelandet Und mein Einer Reifen war gut